Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch und herzlich willkommen zurück zu diesem wunderbaren Drama, wo es heute unser erklärtes Ziel sein wird, einen zweiten Stern zu sammeln. Werde ich da hinten? Nein, es ist direkt wieder Back in Business. Ich weiß nicht, was passiert und hinten war der Wasserfall am Flackern, aber dafür sind wir Back in Business. Ich schätze mal, dass das einfachste immer noch ist, auch wenn es nicht funktioniert, diese wunderbare Rutsche irgendwie zu machen. Das kann nicht sein, dass es nicht möglich ist, in diesem Spiel noch einen zweiten Stern zu sammeln. Das ist nicht möglich. Wobei, vielleicht ist es einfach tatsächlich die mögliche, in zwei Stern zu sammeln, wobei ich mir sagen lassen habe, dass es tatsächlich so ist, dass einige Leute, die das Spiel tatsächlich bis zu 33 Sternen durchgespielt haben. Was genau geschieht gerade? Was genau ist gerade überhaupt los? Das ist die alles entscheidende Frage. Also, 33 Sterne, ich weiß nicht, ob das der offizielle Rekord ist in diesem Spiel oder vielleicht auch nur der YouTube-Rekord oder was auch immer es ist. Und das jedenfalls gibt es bereits. Deswegen ist es ein bisschen schon fast so, da ist ja die Hälfte schon geschafft. 60 braucht man, wenn mich nicht alles täuscht, um das Spiel zu schaffen. Also zu besiegen. Ich kriege sogar den Stern. Wir könnten sogar noch einen dritten holen, wenn ich das jetzt nur irgendwie schaffe. Wenn sich das jetzt wieder aufhängt. Wenn sich das jetzt wieder aufhängt. Wenn sich das jetzt wieder aufhängt. Das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Warum hängt sich das... Stern sammeln. Ist es nicht möglich? Ich hätte zwei. Jetzt kommt wieder irgendwie, sagt, das ist doch geskriptet. Du machst das mit Absicht. Ich würde mir wünschen, dass das Absicht ist. Gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Warum hängt sich das jedes Mal auf, wenn ich gerade ein... Das Spiel will nicht, dass ich gewinne. Ich will einfach nur einen Stern. Einen zweiten. Unmöglich. Ja, natürlich noch einen dritten. Aber ich will einfach nur Sterne sammeln. Will ich nicht. Aber das geht nicht. Jedes Mal, wenn ich in der Nähe davon bin, einen Stern zu sein, muss ich das Spiel zurücksetzen. Weil das Spiel beschließt, du darfst ihn nicht haben. Das ist das zweite Mal, dass ich da unten bin und einfach nur einen Stern einsammeln muss. Und das zweite Mal, dass der Ding dann sagt, nein, was willst du denn eigentlich damit? Ja, was willst du denn damit? Hier kommst du damit nicht rein. So, das ist das, was das Spiel sagt. Bitte nicht. Ja, ist mir egal. Ist mir egal. Wenn ich danach einen Stern kriege, kannst du mit der Kamera machen, was du möchtest, solange ich steuern kann. Das wäre fantastisch. Ich weiß, es sind wieder hohe Ansprüche, die wir hier stellen. Deswegen bin ich, glaube ich, sind wir, wir sind nicht an dieser Blume da vorbeigekommen. Das ist schade eigentlich. Aber gut, muss man dann. Muss man dann so machen. Und in dem muss man da umkippen, ein bisschen Drunkwalk machen und dann ist alles gut. Dann ist alles fantastisch. Den Typ auf jeden Fall wird schon mal tot. Gehen wir einfach den einfachen Weg hier lang, in der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. Vielleicht könnte es hier relativ einfach sein, blaue Münzen einzusammeln. Wobei, das sage ich jetzt und werde es sehr wahrscheinlich irgendwann noch bereuen. Aber du weg, weg, du weg, nein, nein, weg, weg, weg. Das will doch einfach nur da hoch. Kann hier nicht mal diese eine Glitch passieren, wo mir letztens dann der Stern zugeflogen ist einfach? Kann das nicht einfach mal passieren? Wäre das nicht mal eine Option Spiel? Für dich wahrscheinlich nicht, frage ich eigentlich. Ich sagte, ich dem Stern, der Stern mir entgegen fliegen, nicht ich dem Tod entgegen. Hat mich das jetzt zwei Leben gekostet. Das hat mich nicht zwei Leben gekostet. Was ist geschickt? Oder wir versuchen nochmal König Bobomb. Was gibt es denn noch? Wir können auf die Insel oben gehen, aber dafür müsste ich erstmal die Bobombs hier loswerden. Und die sind, die sind da. Wenn es mir die Hüte wieder entgegen gerannt kommen, mich wahrscheinlich töten wollen. Aber gut. Der Normalgröße ist fantastisch. Bisher, bisher, können wir mal auf... Ohne Scheiße, das Spiel macht mittlerweile noch genau zwei Sachen. Entweder es hängt sich auf, wenn ich gerade kurz erworbe, einen Stern zu... Einen Stern zu... Einen Stern zu sammeln, oder... Oder es bringt mich einfach willkürlich um. Das ist das, was hier noch passiert. Einfach willkürlich, plötzlich... Ich weiß nicht, was mich jetzt gerade... War das die Mütze, die mich einfach instant umgebracht hat? Öfter mal was Neues. Warum bin ich jetzt wieder groß? Ich war gerade froh, dass ich mal nicht groß war. Ich bin so glücklich und zufrieden mit meinem kleinen Leben gewesen. Hatte einmal Glück, ich sollte es... Warum? Ich sterbe die ganze Zeit. Ich sterbe willkürlich einfach. Meine Power geht runter. Das Spiel muss doch... Das kann doch nicht sein, dass das Einzige, was das Spiel noch macht, ist, mich willkürlich umzubringen. Wir nehmen die Abkürzung. Ich werde das nicht schaffen, weil das Spiel vorher sagt, nein, Power ist leer. Und ich weiß nicht mal mehr, warum. Aber dafür ist die Luft hier oben komisch. Das ist ja Wahnsinn. Aber vielleicht deswegen. Ich bin mal BAMP. Ich weiß, irgendwas wird mich wieder willkürlicherweise wahrscheinlich umbringen. Ich gebe einfach felsenfest davon aus. Ich rechne einfach damit. Ja, tschuld. Ich rechne einfach damit und dann ist alles okay. Das ist irgendwie Metal Mario. Kann der nicht einfach willkürlich mal sterben? Das wäre doch fantastisch. So, pass auf. Wir haben schon einen Hit. Wir haben schon einen Hit. Wenn ich das bringe, dann nehme ich dich mit. Dann trinken wir nämlich Shampoos bis zum Verrecken. So, und wer das nicht... Wäre egal, wenn der kann uns machen. So, das ist das, was wir machen. Das ist das, was wir machen. König Bobbomb. Wir als Pärchen. Nicht mal. Kannst du bitte aufhören, dich permanent mit mir zu drehen? Jetzt kann ich. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich. Mach, 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 mach. Warum nehmt ihr ihn nicht? Ich kann ihn nicht nehmen. Ich kann ihn nicht nehmen. Das gibt es doch gar nicht. Das Spiel verweigert sich jedes Mal, wenn ich die Chance habe, einen Stern zu sammeln. Es verweigert sich einfach. Plötzlich das. Ja, ist gut. Nachdem... Bin wieder ein Schild. Nein. Nein, wir werden nachher hin. Nein, 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 nein. Nicht wieder. Diese Stelle, das gibt es doch nicht. Die Stelle ist verflucht. Diese Rutsche ist verflucht. Jedes Einzel... Das... Ich glaube, ich akzeptiere das einfach, dass diese... Nein, ich... Warum kriege ich keinen Stern? Nicht ein einziger ist möglich. Ich falle... Was ist jetzt schon wieder los? Was ist... Plötzlich habe ich die Brücke an meinem Arsch. Und jetzt bleibt sie stehen. Was trifft mich denn jetzt? Gib mir doch die Münzen, die alle zu mir fliegen. Und das Ding ist auch bei mir. Was zur Hölle geschieht? Ich sterbe schon wieder willkürlich. Können wir aufhören mit diesem permanenten willkürlichen Energieverlust? Das gibt es doch nicht. Das Spiel bringt mich einfach um. Das ist das Einzige, was das Spiel... Das Spiel bringt mich um. Bitte nicht. Ich will nur einen Stern. Wie ist das? Also es ist zu viel verlangt. Ein Stern. Ich will doch nur glücklich sein. Statt den Hosenboden eines riesengroßen Verwirkt... Klemmnass zu sehen. Ich glaube, es hat aufgehört. Plötzlich wachsen die Dinger und der Klotz sagt, er ist ein Thwomp. Plötzlich surfe ich einen Berg hoch. Warum würde ich keinen Berg hoch surfen, fragte man mich. Moment, das Ding ist auf. Moment, das Ding ist... Es ist zu shit. Moment, ich dachte gerade für den Moment, das sei auf. Das wäre fantastisch. Kann ich jetzt wieder normal laufen? Ich kann wieder normal laufen. Ich habe meine unsichtbare, virtuelle Schildkröten-Dingsbums, habe ich wieder verloren. Danke, Spiel. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Irgendwas wollte ich erzählen. Bom, Bom, König. Du bist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch heute, wie mir scheint. Wir müssen nur noch ein hübsches... Oh nein. Es muss doch irgendwie möglich sein. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, an einen zweiten Stern zu kommen in diesem Spiel. Das gibt es doch gar nicht. Du kannst dich nicht einfach nur verweigern und sagen, nein, ich mache nicht. Nein. Nein. Das gibt es doch nicht. Wenn der mich wenigstens jetzt auf diese scheiß Insel geworfen hätte, dann wäre er doch okay gewesen. Moment, Moment, Moment. Hier ist auf, hier ist auf, hier ist auf, hier ist auf. Hier ist auf. Warum denn? Kann ich mal irgendwie... Irgendwas muss doch passieren, was mir hilft. Ich weiß nicht, was geschieht. Ich weiß beim besten Willen nicht, was geschieht. Watch out if you wander around here. Jetzt ist der Typ, ich rede auf einmal mit dem NPC hier. Ich bin durch den Boden gefallen. Ja, äh, war natürlich auch... Was war das denn jetzt? Jetzt kommen mir die Dinger... Jetzt kommt mir wieder alles in die Ecke vor. Nein. Ich flüchte, ich flüchte. Wir sind jetzt auf der Flucht. Wir sind auf der Flucht vor allem, quasi. Ist okay. Selbst die Bäume. Selbst die verdammten Bäume. Vielleicht habe ich bald alle grünen, alle roten Münzen. Warte mal, ich habe vier. Wir könnten rote Münzen sammeln. Wir könnten rote Münzen sammeln. Sechs, äh, fünf. Habe ich dieser Schein, das ist bestimmt wieder dieser dumme Chainshop-Stern, der hat mir wieder alles versaut. Das gibt es doch nicht, ich war so gut. Wir haben drei. Wir haben drei. Wir haben drei. Und das ist jetzt, das ist jetzt der Trick. Warum auch immer die Kamera... Nein. Dann fang bitte nicht wieder mit Schabernag an. Bitte tu mir den Gefallen und fang nicht wieder mit Schabernag an. Gib mir einfach die roten Münzen. So, wir haben, es fehlen nur noch drei. Einer davon, ach nein, einer davon ist auf der roten... Nein, einer davon ist auf der Plattform. Nein, eine von den Münzen ist auf der Plattform, die kriege ich nicht. Das ist ein verdammter Scherz jetzt. Dann bitte irgendwer den Exorzist tun. Ich brauche, wir brauchen den Exorzisten. Was kann ich dagegen jetzt tun? Ist das irgendwie ansteckend oder so? Gehe ich recht an, dass ich einfach wieder versehen nicht von der... Oder automatisch quasi von dieser Insel fliegen werde. I'm the big ba-bomb. Ich kann mich bewegen während der Katze. Warum teleportier ich permanent rein? Es gibt es doch nicht. Ich will doch nur einen Stern. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. So leid mir der tut. Ich komm hier einfach weg nochmal nicht raus. Es gibt es doch nicht. Jetzt fang ich wieder an, willkürlich Energie zu verlieren. Es gibt... Nein. Ich will doch nur einen einzigen Stern. Mehr will ich nicht. Ist nicht so, als würde ich jetzt hier die größte Ansprüche sch... Im Zweifel fahren wir halt auf einer nicht vorhandenen... Ja, ist gut. Ja, ist gut. Moment. Geh, geh, geh. Man hätte mir auch einmal einen Gefallen tun können, du Arsch. Ich hätte jetzt ein letztes Mal diese scheiß Rutsche versuchen. Wenn das jetzt wieder an derselben Stelle sich aufhängt, ohne einen ersichtlichen Grund, akzeptiere ich das so und gehe davon aus, dass ich dieses Ding nicht holen kann. Ich habe ja keine andere Wahl. Das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr angenehme Rutschposition. Ich bin mir sehr, sehr sicher, das ist mit Sicherheit gut bei Rückenschmerzen. Da kriegt man bestimmt den einen oder anderen... Nein, die scheiß Energie wieder. Da kriegt man bestimmt den einen oder anderen Hexenschuss mit ausgeglichen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir müssen jetzt nur noch das Ding hier sammeln. Wir müssen nur ausnahmsweise mal nicht abstürzen. Der Block ist ein roter Block. Geh, lass jetzt, gib mir den Stern, gib mir den Stern. Yes, man ist... Was ein... Wenn du jetzt noch irgendwas machst, was mir diesen Stern wieder wegnimmt. Ich kann sogar steuern. Ich kann sogar steuern. Lass mal ein paar Münzen sammeln gehen. Ja, ich rutsche rückwärts. Ich rutsche rückwärts und kann nicht mehr nach vorne rutschen. Das nimmt mir jetzt aber nicht den Stern wieder weg, ne? Das nimmt mir jetzt nicht den Stern... Ich möchte den auch noch haben. Ich möchte den eigentlich auch noch haben, aber ich krieg ihn. Nein 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 sag mir bitte dass es gespeichert ist wenn Die mir es nachträglich der stern und Weg nehmen die nicht gott, nein, bitte nicht bitte 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 Sage mir das Dieser Stern weiterhin vorhanden ist Ich habe Nie gespeichert das hatnak gespeichert das hat nicht gespeichert das hatchant gespeichert, friedlich harten nicht gab Meine Damen und Herren, dafür bitte den Like waren kaputt. Schlocken, bitte, mach mal, Alter. Und dann in den Kommentaren, ist es möglich, noch einen Stern zu holen für Leute wie mich? Was zur verfickten Hölle muss ich dafür tun? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, hoffiziell, winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video, liebe Leute. Tschöööö. Tschöööö. Tollschööööö